Der Wagen war toll. So schön, so üppig, war er eigentlich nie wieder. Ich hatte mich natürlich vorher gewehrt, weil ich mich nicht zur Schau stellen wollte. Da hat er das Ganze organisiert, gesagt, es wird unter D-Mark gespendet, dafür können Sie sich ein Kleid kaufen. Na, das hat doch gezogen. Das Kleid habe ich dann von den 100 Mark gekauft, dann mussten aber dazu etwas längere Handschuhe getragen werden, in rosa, güldene Schuhe und eine Stola. Und da vorne musste eine große Blüte hin, das waren noch Zusatzausgaben für meine Mutter. Also es war dann nachher schön, zumal ich von dem Kleid viel hatte nachher. Das war das Ausgekleid.